Hey Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen wie... Wer ist das? Kuwaiti Shadow? Hallo? Video zu einem Kanal. Zu diesem Kanal. Heute spielen wir... Was werden wir heute spielen? Lucky Blocks. Wir werden heute spielen... Lucky Blocks. Ich lade dich schon mal ein. Und Leute, wenn euch die letzten Videos gefallen haben, lasst doch gerne mal ein Like da, ein Abo. Und wenn euch dieses Video gefällt, wir fangen an mit diesem Video. Wir teleportieren uns zu Lucky Blocks. Hier sind Lucky Eseln-Duells. Solo oder Team auf 4. Solo. Ich könnte kein Solo. Team auf 4. Ja, kommt Team auf 4. Es ist 1 gegen 1, ja? Ja. Hallo mein Freundchen, wie geht's denn dem? Ja. Hallo mein Freundchen, wie geht's denn dem? Na? Was geht ab? Was geht ab, ne? Äh, was wählen wir denn? Ja, was ist denn noch Team auf 4 für mich? Okay, dann gehen wir rein. Hallo, hallo. Nein, er ist mit uns dieser scheiß... Wo bist du? Wo bist du? Hä, wo... Ich bin in einem... Ich bin in dem Gegnerteam oder was? Nein. Ich bin in einem anderen Team bin ich, Digga. Hä, warum? Ich weiß nicht. Ich werde die so... Ey, echt. Ihr könnt euch mal verpissen. Wirklich. Hallo mein Freund. Okay, ich bau mich mal in die Mitte. Dann guck ich mal. Ich bau mich auch jetzt. Federvall-Effekt. So. Ich bin so ne komische... Ich bin gestorben. Digga, ihr Bastard. Wisst ihr, was ich mit euch mache? Wirklich. Ich nehme euch auseinander und krasche so euer Kopf so. Und ich mach so... Da ist Kuwaiti Shadow. Na Kuwaiti Shadow. Schaffst du es? Schaffst du es? Schaffst du es? Warte, ich hab wenig Leben. Was baust du dich ein? Okay. So schlau. Ein bisschen. Ein bisschen. Na hallo, wie geht's denn dir so? Guck mal auf mich. Hallo. Hä? Siehst du mich? Ich bin ein Geist. Ah, du bist gestorben. Ja. Ja. Aber... Hier sind sehr sehr viele. Neben mir? Ja, hier ist noch... Frosty ist da irgendwelche noch. Du bist da eingebaut. Kommt zu mir jemand? Ne, gerade noch nicht. Wo ist denn Eisdorf? Okay. Hab ich irgendwas gemacht? Zeig mal. Ne, da... Ah, ja. Du hast was. Eine Brücke gebaut. Toll. Abbauen lohnt sich. Sehr schön. Kannst jetzt auf diese Base gehen. Und ich glaube, man muss irgendwas da zerstören. Schaffst du's? Converti-Shado. Du schaffst das. Du schaffst das. You are gonna do this. You are gonna do this. Da ist jemand drin. Das ist dein Teamkamerad, oder? Super-Mega! Hallo, mein Freund. Da hinten bist du. Und wer ist das, Digga? In welchem Jahr lebt denn der? Und wer ist das überhaupt? Hm. Naja. Das schaffen wir auch wieder. Also das ist nicht schwer. Das ist echt nicht schwer. Machen so. Bam. Ne, das war's meins. Die klauen mir. Der... Was ist denn da los? Ha? Vorgestab. Hast du einen Vorgestab bekommen? Ja. Du hast einen Totem. Ich hab keinen Totem. Ich hab den nicht bekommen. Ja, du musst verschwunden. Hey, lass mir doch was! Ich lass dir doch was, Digga. Ich brauch mich gleich in die Mitte. Bitte lass mir den. Den Eisstab? Ja. Ich hab den nicht bekommen. Doch. Echt? Ja. Hier, ich lass dir den Zombie. Bitte, lass mir ihn. Den Eisstab? Ja. Dann komm. Bist du. Hier. Warte, ich nehm diesen Locky Block hier noch. Hier, der liegt da. Okay. Komm schnell. Ist jemand schon gestorben? Nee, ich baue mich jetzt in die Mitte. Komm, hier ist jemand gestorben. Oh. Wie ist der gestorben? Oh, er hat so weit viel geile Sachen. Er hat gute Sachen? Sehr. Er hat einen Slime, links. Slime-Stab? Ja. Ah, schau das. Naja. Toll der Helm. Hilf mir sehr. Und er hat Shotgun-Bogen. Was ist das? Was ist das? Regeneration? Irgendwas. Oh. Ja. Oh. Rainbow Lucky Block. Was war da drin? So. Armbrust. Mehrfach Schuss. Okay. Ich lade erstmal die Armbrust auf. Und wir gehen auf die Gegner. Wir sind die einzigen Überlebenden in unserem Team. Da kommen welche. Da kommen welche. Komm. Wir bleiben zusammen. Ganz vorsichtig. Von allen Seiten, Digga. Wir sind die einzigen Überlebenden. Komm weg. Komm rein. Rein weg auf unsere Base. Komm auf unsere Base. Kummer aus der Stab hab ich. Wo? Oh. Mach mal das. Kummer aus der Hose hab ich. Schuhe. Ja. So schwarz irgendwelche. Und ich hab noch Kummer aus der Ding. Was ist das? Was ich habe so lang blühen. Hm. Na gut. Hm. Guck mal. Ich mach hier den Schaft. Ich mach hier den Schaft. Ich mach hier den Schaft. Briga. Was ist denn das für ein Mist? Random Ops kommen. Ja. Aber sie sind für mich. Ja. So. Wir sind alleine. Gegen drei Teams. Mach dich bereit. Sollen wir die... Das ist mein Schwert. Welche? Hau mal. Guck mal. Gleich. Ja. Was mach ich jetzt? Guck mal. Stimmt. Das ist gute Sache. Mach mal. Hau mal. Herr wohin? Komm wir verfolgen ihn. Komm ich verfolge ihn. Wo ist der? Bitte nicht hinfallen. Er wird gleich hinfallen. Hallo mein Freund. Ich hab einen gekillt. Ich hab einen gekillt. Der andere. Da ist der andere. Fertig. Ich hab beide gekillt. Bist du gestorben oder? Ja. Ich hab zwei Leute... Ne. Ich bin nicht gestorben. Ich hab zwei Leute gekillt. Ey du. Ich hab noch einen Stab. Oh nein. Oh nein. Ich hab keinen gekillt. Nochmal auf den Teep. I think we can do it. Nochmal. Es ist der andere. Er hat so viel Müll. You are already at the floor. Was ist das? Lifestyle? Oh mein Gott, nein! Was ist das? Ich habe genau das gleiche Schwert wie du, Digga. Zeig mal. Was für Namen hat er? Spaß, Lifestyle Swords ist viel besser. Ich habe Schalkisch Wort. Meine ist krass, Digga. Du weißt nicht was, das ist echt. Ey, wenn du das wüsstest, zum Glück kannst du kein Englisch verstehen. Was ist das? Lifestyle Swords. Was ist das? Ey, ich bin so froh, dass du... Ich habe noch einen Elevator bekommen. Noch einen Elevator? Was ist Elevator? Hm, guck mal was ich bekommen habe. Nichts. Alles gut, Regnerierung, komm ich mach uns Regner... Ah, ich kann nur mir machen. Hä? Wer war das? Ich? Gib mir bitte irgendwas ein Schwert. Dieses Molni-Schwert. Der macht... Bitte. Warum, Digga? Komm mal, du hast es stärkst... Weißt du was du hast, Digga? Du hast alles. Gib mir noch was. Gib mir diesen... Gib mir diesen Bogen. Shotgun-Bogen, den habe ich schon. Aber okay, ich gebe dir es trotzdem. Weil ich habe ausprobiert, er kann nichts Gutes. Okay, let's go Leute. Warte, komm wir machen so. Komm wir machen so, wir suchen jetzt die restlichen Gegner. Die sind alle oben. Wo? Komm wir gehen gleich nach oben, ich mache links dahin nach oben. Ja, mach mal. Hä? Warte. Er fliegt? Ich habe einen Zombie gespawnt, oder wie? Ja, einen Zombie. Ja. Der und... Na gut. Hm. Oh, das ist ein Block Slucky-Block. Oh, schöne Blöcke. Drei Emerald-Blöcke. Hast du gemacht? Ja. Ah. Ja, so. Ich habe noch drei Emerald-Blöcke. Drei. Echt? Hä? Ah, jetzt bricht hier. Dann schreit Blöcke. Hm. 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 Ich habe einen Elevator. Ah, wir können guck. Hier so hinspringen. So. Und dann von hier. Was ist dieser Elevator? Ich weiß nicht. Der macht irgendwie nix. Warte, geh mal weg. Ja, mach mal was. Boomerange-Block. Schön. Hä? Hä? Was macht denn der? Ich bin oben. Ja, ich nicht. Warte, komm ich baue. Zu dem. Warum? Ähm. Ich guck mal bei den Basen. Guck mal Leute. Haben die bei der Basen was? Oder nicht? Wenn ja? Wenn ja? Ja, nein. Dann ja. Ich habe niemanden Bogen geschossen. Das sind die die. Okay. Dann... Ich... Gehe jetzt auf denen die Basen. Sie können mir sowieso nichts mit diesem Schwert, Digga. Ah! Da sind zwei! Wie gehen wir denn zu denen überhaupt dann? Ähm. Cool. Wir haben die gesprungen. Digga! Der killt mich! Denkst du? Ja. Ja. Außer wenn ich die jetzt verbrenne, Digga. Piss dich, du. Guck mal wie der brennt, Digga. Na gut. Ähm. Wir sollen irgendwie da hingehen. Hast du Blöcke? Wir bauen uns jetzt da hin und killen die. Falsch. Keine Blöcke mehr. Ich habe erst nur Blöcke. Aber Tim. Pass auf, dass er mich nicht killt. Ja. Wir machen so. Wenn, dann habe ich einen Shotgun-Bogen. Warte kurz. Ha! Wir haben Angst! Komm, weiter bauen! Ich habe kein Dinges Blöcke mehr. Schlapp. Ich habe Blöcke. Äh. Ich werde schneller mit meinen Schuhen an. Ah, auf Seelen sind, ja? Ja. Stimmt. Kannst auch sneaken. Kannst auch sneaken. Kannst auch sneaken. Kannst auch sneaken. Nein! Digga. Ich dachte gerade, jemand hat mich angeschossen. Warte, sollen wir zu ihnen gehen? Die warten da. Ich habe den weißen Bär geschmissen. Ich glaube, der killt ihn nicht. Aber was wird sie killen? Das ist das hier. Und das hier, Digga. Ha! Na? Fast tot? Äh. Was mache ich? Ich mache mein Dings. Mein Schwert. Hier ist an. Bist du bei denen auf der Base? Nein. Fast. Ganz vorsichtig. Ich habe zu ihnen meinen Dings hören gemacht. Stopp. Die killen uns gleich. Soll ich mich auf den stellen? Warte, stopp. Geh weg. Ja. So, warte kurz. Das war's für dich. Hallo meine Freunde. Bam. Das geht irgendwann halt, Digga. Dieser Lifestyle-Sport ist doch scheiße. Ja. Haben wir verloren? Ja. Ey, du bist ein Bot. Und jetzt piss dich, du kleiner Bastard. Und ich will dich nie wieder mehr sehen. Ey, verpiss dich von hier. So Leute. Es war ein schönes Duell. Doch wir verlieren. Deswegen war es kein schönes Spiel. Nur wenn wir gewinnen, ist es ein schönes Spiel. Wir sind ja keine Verlierer. Also Leute. Ich würde sagen. Das war's mit diesem Video. Na? Gewertig Shadow. Hier. Und tschüss.